So, das ist unser klassisches Hotelzimmer, da geht es quasi rein, da geht es darum, da werden wir das Essen später bekommen und wenn wir fertig sind, den Tisch wegläumen und schlafen. Der Conny schaut schon komisch, weil er sagt, oh mein Gott, jetzt dreht er auch noch ein Video, der Depp. Conny will nicht erwähnt werden, ist okay. So, so sieht es dann aus, das ist die unordentliche europäische Ecke. Da haben wir den Ausblick, dass es gleich zugeht. Uuuuh, die Schiebetüren. Das war die. Das sind unsere Schlafsachen, Photons. Und da, Conny macht es auf, die anderen Photons. Da liegen unsere Klamotten, die wir später anziehen, dann schauen wir echt gut aus. Schiebe, schiebe, schiebe. Genau. So, jetzt können wir was trinken. Kampai!